Was ist jetzt, was sie gab, oder nicht? Klasse! Bist ja auch ein... Guter Schwertkämpfer, ey! Du, mit deinem scheiß langen Schwertstil! Ach, ich hab schon wieder so viel... Geil! Der Tussi ist einfach viel stärker als der... ...als mein Charakter, ich weiß nicht. Irgendwie fehlt da was. So was wie ein Kampfstil. Oder die Taktik, die man anwenden kann. Ist immer eigentlich groß, dass die Leute zum Springen bringen. Um die dann im Sprung zu erwischen. Jeder, weil die Springen ja immer... ...weiter weg. Verdammt. Ist sie doch. Ich hab da nicht die... ...stärkeren Anstrengungen angreifen müssen. Okay, das hat man wahrscheinlich jetzt nicht so rasch gerettet... ...da ich mir nur 3 Drugs angezogen hab. Nein, das hat mich auch nicht wirklich gerettet. Ich hab nur, dass ich das Leben gehabt habe. Verdammt. Das ist ein komischer Stunz. Da müssen sie sich auch irgendwo mal erwischen. Ah, klasse, ich hab keine Faktion gemacht. Ja! Geil! Ja! Wie kann man die blöde Kuh besiegen? Ach ja? Was denn da drauf? Okay, das wäre eigentlich mal ein Fall. Damit er noch versteht. Okay. Oh mein Gott, jetzt bin ich mir wieder da schwach. Verdammt. Wo oben ist denn jetzt? Ja, wie gesagt, bei der Landung... Ja! Ah! Ja! Mhm! 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 Als ob das jetzt so... ...möglich wäre, das Lichtschwert über mir drehen zu lassen. Mann! Ich hatte sie doch fast schon. Ich hatte sie doch fast schon. Oh nein! Ja! Das war... Ja, Kaikatan ist tot. Wie kommst du bloß da drauf? Ich meine, ich bin hier nur gerade abgestürzt. Ja! Und! Ja! 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 Okay, das bringt also wirklich überhaupt nichts! Ich spüre deine Anwesenheit. Ich spüre deine Anwesenheit. Das muss ich doch eigentlich mal haben. Wow, kacke, ich wollte gerade noch was da reinhauen, aber es hat nicht geklappt. Verdammt! Aber zumindest weiß ich jetzt, dass das mit dem Schub eigentlich ganz cool ist. Und wenn du dann noch... Ich spüre deine Anwesenheit. Oh, was ist denn das denn? Okay. Na, komm schon. Ach, was war denn der Scheiß? Was ist denn das denn so? Wurden? Okay, einmal ein Bug da. Joa, irgendwie liegt das jetzt echt mal komplett anders als gerade eben. Verfolgt ihr irgendwie immer andere Taktiken oder so? Hm. Auf jeden Fall sollte ich eben sie nach unten zu locken. Da hat das mit dem Schub ganz gut geklappt. Eigentlich nehme ich jetzt auf... Hups, das war natürlich jetzt nicht die beste Wälder. Hm. Ich habe jetzt nur noch nichts auf Schub gestellt. Okay, ich habe hier noch nicht auf Schub umgestellt, genau. Ich glaube nicht. Hm. 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 Was ist das denn da? Okay, irgendwie muss ich das jetzt mal sehen. Okay, irgendwie muss ich das jetzt mal sehen. Ich hab dich wieder hier. Oh ja. Lass mal kein Problem. Ungefähr entzscheiß? Los, das ist gleich mal passiert. Aber das ist das Klosterspann. ja 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 ob das jetzt so einfach ging gehen würde was man versuchen kann ist genau dasselbe was die versucht das laser schwert kann man ja das ist ja nicht ganz so gut geklappt ja das dachte ich mir irgendwie dass ich damit echt wirklich überhaupt nicht weit komme ja mhm hm ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017